Einen wunderschönen, sonnigen, guten Morgen, liebe Trader. Und damit herzlich willkommen zu aktuellem wieder. Das gab in der einzelnen Sektion der Formations-Trader am Mittwoch, dem 4. Mai 2016. Aktuell ist es 7.43 Minuten, der DAX vorbörslich bei 9.923 Punkten. Wir stecken ja mitten in der Quartalssaison. Gestern waren Commerzbank, Lufthansa, BMW, wer war da noch alles drin, Pfeiffer-Vakuum dran. Und heute sind dann, um nur ein paar zu nennen, Continental, Beiersdorf, Telekom, Xing, ich glaube auch KUKA, ich glaube auch Fraport und so weiter und sofort am dransten. Wir wollen gleich mal gucken, wie denn diejenigen sich geschlagen haben, nur ein paar Ausgewählte, die gestern Zahlen rausgebracht haben. Vorher schauen wir aber auf den DAX. Erste wichtige Kernaussage. Der DAX ist unter dieser Horizontalen, unter dieser, verzeihen Sie, Horizontale Unterstützung gefallen. Der DAX ist unter die 20-Tage-Linie gefallen. Der DAX ist unter die 200-Stunden-Linie gefallen. Damit haben wir gerade diese horizontale Zone, mit der der DAX ja lange gekämpft hat, plus die 20-Tage-Linie, dass die bärisch aufgegeben worden sind, ist ein potenzielles Zeichen der Schwäche. Sage Ihnen nicht, dass wir nicht mehr hier drüber kommen könnten, aber wenn ein Markt so lange kämpft, drüber geht und gleich bei der ersten Berührung durchfällt, eher ein Zeichen der Schwäche. Bitte beachten Sie, ich bin persönlich short. Nicht beim DAX, sondern auch über unsere Trigger-Liste sind wir short bei Fuchs Petrolup. Gehen Sie gerne auf unsere Trigger-Liste, dort zeigen wir Ihnen unsere Trades live, damit Sie sie verfolgen können. Die allermeisten Trades, ich glaube fast alle, twitter ich Ihnen, zeitgleich auf Twitter, können Sie mitverfolgen. Hier, wir sind short, der Markt fällt mit mehr Volumen, wir haben das hier genutzt, der Markt kommt zurück. Jetzt sind wir gerade vorne und gucken mal, was passiert. Das ist die erste, möglicherweise zweite Zielzone und wir sind ja auch beim S&P 500 auf der Short-Seite platziert. So, jetzt wieder zurück zum DAX. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, das sieht schwach aus, kann es auch sein, dass das nur mein Wunsch ist, dass der DAX schwach ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, hatte ich Ihnen gesagt, dass hier die horizontale Zone um die 9,9 ebenfalls eine wichtige Unterstützung ist. Denn, das ist die obere Begrenzung hier, dieser offenen Lücke. Und als wir diese offene Lücke gerissen hatten, ist sie ja relativ groß, über 100 Punkte, hatte ich Ihnen gesagt, Achtung, diese offene Lücke winkt. Und für alle, die dann der Überzeugung waren, jetzt geht es in Richtung 11.000, so etwas, so große Lücken, in der Regel winken die und sagen, hallo, da bin ich. So, die obere Begrenzung der Lücke winkt und Trendkanal, Unterstützung, Unterstützung, potenzielle Unterstützung wartet auf uns. Plus, warten Sie, um nochmal eine weitere mögliche Unterstützung Ihnen zu zeigen. Bei 9.860 ist die 61,8% die Tracement-Bewegung dieser Bewegung. Und, wenn wir in den Tag schauen, der DAX ist gerade dabei, überverkauft zu sein. Will ich Ihnen jetzt sagen, dass der DAX nicht weiterfallen könnte? Doch, könnte er. Nur, einen überverkauften Markt, der schon eine 6%-Bewegung gemacht hat, den will ich persönlich nicht shorten. Deswegen bin ich auch nicht short beim DAX, nachdem jetzt diese Bewegung stattgefunden hat, sondern wir haben den S&P 500 geshortet, direkt einer oberen Begrenzung des Widerstandes oder, wie bei Fuchs Petrolup, was eine sehr wichtige Unterstützung bärisch aufgegeben hatte. Bedeutet, wir sind hier im Bereich einer Unterstützung, wir haben eine andere Unterstützung bärisch aufgegeben. Jetzt muss man auf die Antwort der Bullen warten und gucken, wie sie ausfällt. Im Moment, im Moment sieht es eher wahrscheinlich aus, dass wir hier diese offene Lücke früher oder später schließen werden, in Richtung 9.7 laufen werden und durchaus auch nochmal hier wieder an diese wichtige Unterstützung bei 9.5 anlaufen werden. Nicht in einem Rutsch, ist noch nicht so weit, denn wir haben noch nicht diesen Trendkanal bärisch aufgegeben. Sieht gerade wahrscheinlicher aus. Gleichzeitig kann der Markt auch, wie gesagt, von dieser Bewegung noch einmal einen Einstieg versuchen in Richtung 10.280, 10.350. etwas stärker sieht, um es Ihnen noch klarer zeigen zu können, der MDAX aus. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Vor meinem Urlaub hatte ich Ihnen diese bärische Keilformation gezeigt. Diese große, große, große bärische Keilformation hier. Und dann, wie gesagt, wenn die bärisch aufgelöst werden sollte, scheitert, versucht, schafft es nicht, dann haben wir Potenzial, eine bärische Bewegung zu machen in Richtung 200-Tage-Linie. Das machen wir gerade. Wir hatten aber auch diese Linie gezogen und gesagt, unterhalb der 20.000, unterhalb dieser Seitwärtskonsolidierung, da hat der Markt erst über den Tag bärisches Potenzial. In der Bewegung, in dieser Bewegung, die wir hier sehen, bildet der MDAX gerade eine Bullenflagge. Also, das ist die Stange, das ist die Flange und der MDAX hat das Potenzial, falls es möglich ist, über diese Marke bei 20.250 zu gehen, noch besser 20.350, nochmals nach oben zu laufen in Richtung 20.600. Nochmals deswegen besser, wenn er über die 200.320 geht, weil er dann auch die 20 Tage nie überwunden hat. Dann nochmal in Richtung 20.500, 20.600. Falls aber der MDAX und der DAX und wie die alle heißen, auch von diesen potenziellen Unterstützungen sich nicht erholen könnten, einfach nur liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Und diese jetzt kurzfristig überverkauft aussehende Situation abbauen, kann es nochmal eine zweite Welle geben. Ich hoffe, dass das verständlich ist. Wenn wir sagen, dass der DAX hier gerade, und noch eine Sache, mit dem, was gestern passiert ist, kurzfristig höhere Hochs als das Hoch, was wir hier bei 10.470 gemacht hatten, und ich hoffe, Sie halten es noch aus, was wir damals schon gesagt haben, Achtung, Trendwende könnte uns blühen. Höheres Hoch erscheint hier gerade jetzt eher unwahrscheinlich. Wir wissen nie, was als nächstes passiert. So, dann, wenn wir sagen, der DAX steckt noch in diesem Kanal drin, Daimler hat gestern keine Zahlen gebracht, aber schaut sich mal an, was Daimler gemacht hat. Eins, zwei, drei und durchgefallen. Ist übrigens ein Setup, was wir am Montag Webinar hatten, habe ich unseren Mentorschirern gesagt, guckt euch Daimler an. Die haben selber die Fertigkeit, so etwas zu analysieren. So, alles, was der Markt zurückmacht, in Richtung 62, 35, 62, 40, ist potenzieller Widerstand. Jetzt muss ich gucken, weiß ich, wann es Quartalszahlen gibt, gab es die schon? Das weiß ich nicht, das muss ich mir angucken. Also, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber alles, was der Markt hier bei 61, 40 fängt es an. Der Chart muss nicht exakt 100% sauber laufen. Hier 20, 50 Tage Linie ist potenzieller Widerstand. Wo könnte denn die Daimler-Aktie hinlaufen? Schauen Sie, wir sind hier in einem Trendkanal, in einer ganz übergeordnet großen möglichen Bullenflagge. Ist aber auch noch ein bisschen Platz bis oben und möglicherweise nach oben auflösen. Auf der anderen Seite die untere trendunterstützende Linie, die ist hier im Bereich von 54 bis 52. Wenn man sich das nochmal über die Woche anschaut, 200-Wochen-Linie, hier Unterstützung, hier gekämpft, hier Unterstützung, potenzielle Unterstützung im Bereich von 56, 60, nächste Marke, Sie sehen, gekämpft und eine aufsteigende Trendlinie nicht ganz sauber, Unterstützung, Unterstützung, kurz drunter gefallen, dann wieder potenzielle Unterstützung, dann hier im Bereich von 54. Das heißt, ich sehe es jetzt nicht, dass man sagt, okay, also das ist die Stange und das ist die Flagge und jetzt gibt es hier die massiv tieferen Tiefs. Kann sein, dafür gibt es hier einfach zu viele Unterstützungen und darum wäre im Falle einer Gegenbewegung für mich interessant, das Ganze hier in Richtung 56, 57 dann zu traden, falls der Markt nochmal zurückkommt. So, dann apropos Zahlen, Lufthansa hat Zahlen gebracht, wir gucken uns den Chart an. Autsch. Mit Volumen, über 5% gefallen, diese Linie nochmal verteidigt. Ich persönlich mag es nicht, wenn eine Aktie im Harakiri-Sprung 6% die Klippe runtergeht, um dann nochmal einen draufzusetzen. Nicht so meine Art, sondern jetzt muss man gucken, gibt es hier eine Art Konsolidierung oder nicht und größere Wahrscheinlichkeit hat man, was aber auch schwieriger ist, weil der Markt dann überverkauft sein könnte, ist, falls sich hier ein Doppeltop bildet und wir durch die Nackenlinie fallen. Wenn ich es mir wünschen könnte, Lufthansa erholt sich nochmal, wir gucken, wie genau diese Linie ist, hier ist sie ein bisschen falsch angesetzt worden und dann beim zweiten Anlauf oder 1, 2, 3. Anlauf, dann in aller Ruhe das auf der wehrischen Seite gegebenenfalls zu traden, falls diese Linie nicht hält. Also, wie gesagt, jetzt kommen die Zahlen, jetzt passiert diese Bewegung, da müssen wir gucken. Commerzbank, hatte ich Ihnen gestern gesagt, Mensch, die Zahlen sind nicht so gut ausgefallen und das heißt, die lagen etwas unter den Erwartungen und die Commerzbank bricht um 9,55% ein. So, ob das jetzt die entscheidende Trendlinie ist, Sie sehen, das ist gestrichelt, kann ich nicht sagen. Wir sehen, wir haben mehr Volumen, die Commerzbank hat gesagt, es wird herausfordernd sein, das Ergebnis vom Jahr 2015 zu wiederholen oder ambitioniert. Okay, schwieriger Marktbedingungen, Umfeld, okay, wir haben hier noch eine offene Lücke, was wirkt, winkt. Hier im Bereich von 6,22 zu 6,84. Horizontale Unterstützung, auch psychologische Marke bei 7. Also, heftige, von Volumen begleitete Bayerische Bewegung, würde ich persönlich hier gerade nichts machen wollen. Sondern, diese Volatilität muss der Markt erstmal verdauen, zumal wir nicht weit weg sind von potenziellen Unterstützung. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben wir mit Volumen eine stärkere Bayerische Bewegung gesehen. Für mich eher etwas, was ich mir gerne mit Abstand anschauen möchte. In diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, nachher wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zum S&P 500. Und wir haben dann heute Abend noch eine Devisen-Ausgabe. Denken Sie daran, die nächste Rohstoff-Tagesausgabe. Donnerstag ist ja in Deutschland Feiertag, gibt es dann wieder zum Wochenende. Vielen Dank, mein Name ist Hamadis Nasarim. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Tag und Ihr Trading genießen werden.